das ist komplett bescheuert also du gehst ja auch nicht zu einer schießerei mit messer warum willst du das wissen bist du von der soko oder warum fragst du mich so was das ist sowieso käse dieser ansatz ist käse das ist ungefähr so wie die leute die gedacht haben dass die erde im zentrum des universums steht hier diese platten beinhalten alle breaks drum breaks deswegen habe ich die gekauft wieso kommt man dann auf die idee das clown jetzt im rap eigentlich seltsam wäre müsst ihr euch wirklich noch über begrifflichkeiten wie schwul schwuchtel oder sowas müsst ihr das noch benutzen ist es doch also die frage ist er für mich hiphop nein geiler alter kussi auf die pussy wir haben in den letzten zwei jahren kaputte skandalöse ekelhafte dinge gesehen guck mal der hat schon wieder scheiße geredet so hier ließ das mal oh i love you mr falk i have a question ihn kann man gar nicht ersetzen wie will man das hinkriegen kann keiner mein favorite best all time mc aller zeiten herzlich willkommen zu frag falk dem format in deinem favorisierten internet ich habe hier eine promi frage heute von cool savash den ich interviewt habe und der mir dann netterweise eine frage gestellt hat bevor ich aber anfange mit euren fragen und dann zu sabash komme sage ich euch noch dass ihr natürlich im community tab fragen stellen könnt mein bester freund martin der mich glücklicherweise wir haben jetzt frieden geschlossen wir haben das jetzt geklärt dass er mich nicht mehr verarscht weder als michael wendler noch ich bin gespannt was martin sich einfallen lässt es ist ja sein kreativer faktor wo er sich was ausdenken muss ich steig jetzt mal ein hier mit den fragen gamble hat gefragt dein kollege russ wurde letztens in einem twitch livestream gefragt was der größte fehler war den er in seiner journalistischen tätigkeit begangen hat er meinte daraufhin dass er es zutiefst bereue dass er damals in dem beef zwischen bushido und k1 partei für bushido ergriffen habe in case aussagen grundsätzlich in zweifel zog oder nicht glaubte gibt es in deiner karriere auch diese eine große sache die du als fehler betrachtest und heute anders handhaben würdest ja ich glaube ich habe da schon öfter darüber gesprochen in diversen formaten interviews und das bestimmt auch über die letzten 15 jahre und zwar mein verhältnis zu agro berlin und also nicht zu denen persönlich das ist auch noch mal eine ebene aber generell zu dem phänomen agro berlin wie die reingekommen sind in die deutsch rap szene und da habe ich sie am anfang boykottiert wenn das jetzt interessiert wie gesagt ich habe das ein paar formaten schon mal etwas länger erzählt der schauer bitte da rein weil noch mal wiederholen muss ich es nicht zwingend es gibt aber eine zweite sache weil ich habe dann überlegt ja gut was gibt es denn dann noch vielleicht ich habe mir mal ein battle gelieferten beef sozusagen mit mc renne mc renne hat einen 25 minütigen ich müsste mal nachschauen ob das nicht der längste sozusagen diss track der deutsch rap geschichte ist 25 minuten so in episoden sito hat das so zwischen moderiert und da kriegt halt irgendwie jeder so mal sein fett weg ich unter anderem auch und ich habe damals mir überlegt ja okay reagiere ich da jetzt drauf oder nicht und habe so überlegt und so und dann habe ich halt mit meinen mitteln darauf reagiert das heißt ich habe eine kolumne geschrieben die zu lang war für die juice weswegen ich eine 12 inch extended version von dieser kolumne gemacht habe also auch noch so digger dj humor für die die verstehen was hier hinten so steht die die finden das lustig der rest von euch fragt sich was redet der da wieder für ein scheiß und im endeffekt ist es so das ist komplett bescheuert also du gehst ja auch nicht zu einer schießerei mit messer oder so also kannst du machen und wenn du rambo bist kommst du vielleicht auch irgendwie halbwegs durch aber nee das ist halt bescheuert und funktioniert so nicht und das muss man anders retournieren das habe ich dadurch gelernt und in meinen folge meinen folge beefs die ich nie selbst herauf geschworen habe zumindest bilde ich mir das ein habe ich das dann auch nicht mehr gemacht zwar dann auch besser so so chris cross fragt viele die rap aus den 90ern kennen und feiern kritisieren die newcomer trap autotune etc mussten sich wu tang tupac und co genau solche kritik der vorgänger generation anhören oder haben die alten die newcomer gefeiert und gepusht also gefeiert und gepusht würde ich jetzt nicht sagen dafür weißt du zu große egos und alles aber sie hätten es auf jeden fall schon mal einfacher anschluss zu finden bild ich mir ein weil sie ästhetisch gesehen ja nicht so entfernt waren also es ist halt nicht wie heute schickst du ein telegramm und dann kommt da jemand mit dem smartphone und macht den ganzen scheiß per whatsapp so weil so sehe ich so ein bisschen den die die lücke zwischen boom bap 90er mäßiger generation und den trappern wie man den scheiß dann auch nennen mag das ist einfach völlig das sind zwei welten von der ästhetik her gesehen und deswegen ist es viel schwieriger als jetzt ein wu tang wu tang ist von rakim ja der rakim nicht so weit entfernt so von daher hatten dies tatsächlich wahrscheinlich etwas einfacher green bay johnny yo falk wann warst du das letzte mal sprühen gewesen warum willst du das wissen bist du von der soko oder warum fragst du mich sowas sowas fragt man nicht aber ich sag mal so es gibt ja immer noch so ein bisschen die die juristischen verjährt sowas oder verjährt es nicht ich gehe aber davon aus dass meine sachen verjährt sind und deswegen kann ich dir jetzt sagen dass das 1986 war wenn dich das zufrieden stellt mc me gute falk thema deutschrap ist fresher denn je setze mich seit kurzem sehr mit vergangenheit und den anfängen von hiphop auseinander und mir ist dabei der netflix doku zum beispiel aufgefallen dass in den anfängen von bounce teilweise alle auf denselben beat gerappt haben beziehungsweise man zahlreiche elemente dieser zeit in der zeit um die 10er wiederfindet langsam bekomme ich das gefühl dass es das klauen im klassischen sinne gar nicht mehr gibt sondern einfach jeder das macht worauf er bock hat man muss es ja nicht feiern aber muss man es akzeptieren also ich weiß natürlich jetzt nicht 100 pro worauf du dich beziehst im bounce ist es ja so dass zum beispiel der sogenannte trigger man sample oder groove wie man das dann nennen mag dass der sehr oft vorkommt in bounce music dass er sozusagen die grundlage die die rhythmische dna ist was ganz viele leute nicht verstehen die sich mit musik nicht weiter auseinandersetzen ist dass es musik nicht nur dafür gibt damit die jemand auf seinem walkman auch so ein geiler begriff auf seinem walkman hört wenn er durch die straßen läuft und es einfach nur konsumiert es gibt auch musik die andere funktionen erfüllt das heißt zum beispiel musik für einen club die kann man natürlich auch im walkman auf der straße hören aber sie ist für einen anderen sinn und zweck produziert und das was du beschreibst dass in diesem bounce dieses wiederkehrende muster da ist und sich alle daran halten das hat ja einen tieferen sinn und dabei geht es nicht darum fresher denn je im sinne zu sein ich bin jetzt motherfucking kreativ und erfinde alles komplett neu und alles was ich ja das ist sowieso käse dieser ansatz ist käse das ist ungefähr so wie die leute die gedacht haben dass die erde im zentrum des universums steht und die dann galileo galileo galilei irgendwie verbrennen wollten was damit sagen will ist es gibt zum beispiel baltimore club oder club baltimore oder b more das ist auch so eine begrifflichkeit das ist eine musik die ist von djs auf roller rings entwickelt worden das heißt die haben für rollerskaten leute aufgelegt und die haben irgendwann festgestellt dass die am allerliebsten zu einem bestimmten groove skaten einen bestimmten drum break und dann haben sich überlegt okay ich brauche eigentlich mehr musik genau mit diesem groove aber wie mache ich das jetzt also haben die angefangen die mucke zu produzieren haben den drum break genommen sowie den trigger man sample im bounce und haben den für jeden song benutzen haben immer neue samples darauf gesetzt das heißt es ist funktionale musik weil sie den ganzen abend einen groove auflegen können aber es trotzdem immer unterschiedliche melodien dann darauf gibt warum der groove der groove weil die roller skater besonders gut darauf swingen konnten es gibt solche phänomene und ich will jetzt nicht behaupten dass die rapper die sozusagen bloß gestellt werden mit dieser deutsch rap ist fresher denn je reihe auf twitter dass das bei denen der fall ist ich will nur sagen es gibt solche sachen und zum beispiel hip hop und rap musik basiert ja auf der auf der reggae kultur auf den sound systems und da gibt es die sogenannten rhythms das heißt es wird ein rhythm ein song ein instrumental produziert und dann springen da unterschiedliche mcs drauf die werden eingeladen und der macht eine platte damit der macht eine platte damit das ist eine tradition die ja im hip hop auch übernommen wurde das heißt hier diese platten beinhalten alle breaks drum breaks deswegen habe ich die gekauft wenn ich den drum break nehme und den jetzt verlängere und jemand anders rappt darauf dann habe ich schon längst musik geklaut wieso kommt man dann auf die idee das klauen jetzt im rap eigentlich seltsam wäre ja don't bite ich weiß aber wie soll ich samplen und nicht beiten klar kann man flippen und so ich will nur sagen es ist nicht so schwarz weiß und so simpel wie es auf twitter gerne dargestellt wird und das ist im südstaaten rap und im bounce musik in der bounce musik genauso wurst doris ist auf jeden fall heute mein lieblings name hallo falk gefühlt ist jede zweite frage von irgendeinem real keeper dully der nach kommerz autotune modus mio respekt zollen et cetera fragt wird das die beziehungsweise den dullis nicht irgendwann mal langweilig also ich bin dann ja auch ein dully erst mal nein oder meinst du dass die alte leier von früher war alles besser jeden irgendwann mal einholen wird ja wurst doris definitiv ich weiß nicht wie alt du bist aber es ist völlig normal es wird es passiert jeder generation dass du sozusagen in frage gestellt wirst dass du und eben dann auch andersrum dass die ältere generation die junge in frage stellt es war schon bei sokrates so und das ist es ist sehr anstrengend für alle beteiligten vielleicht ist es auch notwendig ich weiß es nicht vielleicht muss das so sein ich glaube es müsste nicht so sein wenn man mehr miteinander sprechen würde und sich nicht immer über abgrenzung definieren würde mich persönlich langweilt das auch ein bisschen aber deswegen versuche ich dagegen anzukämpfen und deswegen mache ich das dann immer verstehst du doris ja ich glaube doris versteht mich you stars ist die zeile alle mcs sind schwule in deutschland im jahr 2020 homophob sie war es doch bereits auch schon in den 90ern seien wir doch ehrlich vielleicht war sie nicht so gemeint wir waren auf jeden fall nicht sensibel genug das damals so zu durchdenken oder zu verstehen denn selbst savas ich habe ihn vor ein paar tagen interviewt selbst savas sagt heutzutage ey was soll das wieso müsst ihr euch wirklich noch über begrifflichkeiten wie schwul schwuchtel oder sowas definieren müsst ihr das noch benutzen es ist doch also so erwachsen muss man doch sein 2020 dass das halt eigentlich nicht mehr benutzt wird ich habe das tatsächlich aus meinem sprachschatz auch getilgt ich benutze es schlichtweg einfach nicht mehr ich habe andere worte um das auszudrücken ähm und jetzt im speziellen muss ich zugeben ich empfehle dir einen song und zwar juicy gay hat einen track gemacht der genau das sampelt alle mcs sind schwul und er überträgt das in die realität was wäre denn wenn wirklich alle mcs schwul wären und rappt dann darüber wie in seiner badewanne semi deluxe farid bang und so weiter sitzen also irgendwie im jacuzzi und die trinken sekt und dann gibt's küsschen und so also das ist ein ein wie ich finde sehr faszinierender und sehr interessanter track hörte den ruhig mal an menschmaschine ist westbam für dich hip hop wer ist westbam westbam ist eine dj legende die die meisten menschen eigentlich kennen durch zum beispiel love parade und die mayday und also eine eine der größen des deutschen technos der 90er jahre in den 80ern hingegen waren so seine anfänge da hat er sich halt mit elektro auseinandergesetzt fand hip hop und rap sachen auch natürlich cool also die frage ist er für mich hip hop nein warum für mich zählt da immer erstmal auch sehr viel der selbst definition mit her mit herein habe ich schon mal bei falco gesagt sieht er sich selber als hip hop ich glaube nicht glaube er wird sagen er ist techno vielleicht würde er sogar das nicht sagen und in den 80ern ja er hat sich dafür interessiert er hat sich für die elektronische seite von hip hop interessiert von rap musik also elektro und den fahrt hat er dann weiter verfolgt in den techno hinein und das hat sich so aufgespalten und die andere seite hat sich eben eher dem warmeren analogen 70er jahre sample sound verschrieben und das ist sozusagen die szene die unsere mütter und väter so ein bisschen darstellt und ja deswegen würde ich das nicht sagen ich würde nicht sagen dass was beim hip hop ist jonas g wassap falk wassap geiler alter werbespot sieht sich grime eigentlich als teil von hip hop oder wollen die was eigenes sein die dahinten die grime ich glaube tatsächlich dass also so erlebe ich das dass sie immer einen anspruch haben das ist grime und das ist nicht hip hop das ist nicht rap ich kann dir nicht 100 prozent sagen warum ich glaube dass sie rap und hip hop ein bisschen so altbacken und irgendwie finden und auch so amerikanisch wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen und dass sie dass sie ihr eigenes ding haben wollen was sie das ist ja auch grime ist ja ein total englisches ding und ich glaube dass sie deshalb sich selbst da nicht so in die reihe stellen würden so und jetzt im gegensatz zu westbam würde ich das aber wahrscheinlich schon würde mich aber auch nicht mit denen streiten wollen darüber aber nun ja warum ist es in deutschrap so dass der begriff trap einfach für alles seine frage geht noch weiter für alles missbraucht wird was nicht boom bap g funk oder die ganzen alten stile aus den 80s 90s oder nullern ist grüße gehen raus grüße zurück ich würde behaupten dass das deshalb so ist dass der begriff trap für fast alles benutzt wird weil die leute keine anderen haben also wie willst du über was reden von dem du nichts weißt weißt du so war das zu negativ ja ne stefan schauner gott zum grüße falk welcher rapper konnte eine hatewelle am besten für sich nutzen und in einen hype umwandeln wow ich will jetzt mal weiter mir fällt da zum beispiel eine lano gleichzeitig gibt es aber auch leute wie separate und tuni die an dem hate zerbrochen zu sein scheinen stufst du hate grundsätzlich als etwas negatives ein oder ist das nur eine andere form von plattform oder aufmerksamkeit die man geschickt für sich nutzen kann kussi auf die pussy dein stefan stefan ich glaube dass sich da ein bisschen was gewandelt hat ich glaube dass es früher anders war ich glaube dass früher gab es natürlich auch schon rapper die gewissen hate auf sich gezogen haben ich habe letztens von einem kollegen von johann vogt habe ich letztens gelesen da hat man da denkt man er hat das so geschrieben du denkst okay jetzt hat dieser rapper sich selber zerlegt mit diesen aussagen die das war's und dann ist es so und wenn wir mal ehrlich sind wir haben in den letzten zwei jahren genügend kaputte skandalöse ekelhafte dinge gesehen die ich hier nicht mal 100 pro ansprechen kann in so weil irgendwelche trigger happy rechtsanwälte da sitzen und gleich irgendein zeug schicken ihr wisst eh von wem ich so rede jetzt überlegt ob ich ein wortspiel mache aber fuck it also es ist kritisiert worden aber egal es ist einfach egal und ich glaube wir sind tatsächlich heute oder wir befinden uns in einem zeitalter wo es einfach echt egal ist weil so wie der ausspruch jeder topf hat ein deckel das heißt wenn du der hass topf ist und du verbreitest hass und früher hätten dich sehr viele der nicht hasser gesehen ja die hätten dann angefangen dich zu hassen und dann hätte so ein problem gehabt ich glaube aber dass das heute so ist dass die die hasser es schaffen dass die anderen hasser sie sehen und zwar auch alleine schon dadurch dass jeder von euch der kein hater ist den hate kram teilt und sagt guck mal der hat schon wieder scheiße geredet so hier ließ das mal voll skandalös alles ganz schlimm und so ja und dann kommen ja nicht nur lover die das sehen und sagen ja ich bin ein lover das ist ein hater und wir müssen den rausschmeißen sondern es sehen auch hater und die hater kommen und sagen oh i love you so wenn ihr versteht was ich meine und das so ein bisschen das problem das heißt durch diese sichtbarkeit durch die aufmerksamkeit geht scheiße zu scheiße und liebe zu liebe und dementsprechend habe ich zum beispiel konsequent seit jahren aufgehört dinge die ich kacke finde zu teilen oder groß machen also wenn sie skurril oder sonstwas oder so ja okay aber an sich wirklich negativität negative dinge die versuche ich nicht mehr zu teilen aus wirklich ganz genau aus diesem grund weil ich überzeugt davon bin dass ich promotion für negativität mache und das ist nicht mein persönliches erklärtes ziel ja ich hoffe das hat dir so ein bisschen geholfen so und jetzt letzte frage für heute ist cool savas der sie mir stellt ich bin mal gespannt mr falk i have a question wer ist der beste mc aller zeiten und warum okay ich will mich mal so aus der affäre ziehen mein favorite best all time mc aller zeiten ist cochlear rock wer ist cochlear rock cochlear rock ist der sozusagen hiphop kultur anerkannte erste rapper dieser kultur er war ein freund von coolhörg und war auf den partys von coolhörg dabei also vor 47 jahren als hiphop geboren wurde und hat auf diesen partys weil das irgendwann komplex wurde mit den techniken hat er angefangen das mikro in die hand zu nehmen von coolhörg weg so weil im reggae ist der dj der rapper so und da der aber eben aufgelegt hat hat er dann dem typen das gegeben co block und der hat dann am anfang so kleine reime gemacht er hat mal gesagt hier der fahrer mit dem wagen h-mg 123 muss man bitte hier vor der tür weg fahren mäßig und irgendwann hat er immer komplexere reime gemacht und deswegen ist er tatsächlich gilt er als erster mc und warum ist er damit der beste naja seien wir ehrlich jeder von uns ist ersetzbar irgendwann werden wir alt brüchig und dann kommt einer von hinten und ersetzt uns vollkommen normal damit muss man leben ist sich jeder arrangieren auch du wurst doris gar kein problem und ihn kann man gar nicht ersetzen also seine position der erste mc zu sein wie will man das hinkriegen kann keiner so und wenn ich jetzt noch mal nachziehen soll ja natürlich gibt es noch mehr klar gibt es meli mel ein cool mo die ich finde immer vor allem die mcs beeindruckend die das spiel noch mal eine spur weiter getrieben haben meli mel war der der irgendwie vielleicht wie kann man das sagen vielleicht so ein bisschen vielleicht sowas wie der eminem seiner block party zeit cool mo die ist derjenige der technisch das mehr in so einem maschinen gun flow entwickelt hat hat er das so genannt rakim ist jemand der silben komplexer gemacht hat das finde ich natürlich hochspannend die die down south flows und alles was da entwickelt wurde im double time zu rappen twister ist auch zum beispiel so jemand den ich den ich auch krass finde ja das sind alles so interessante mcs aber der eine den ich nennen sollte savas der ist cochlear rock so vielen dank dass ihr wir mal hier zugeschaut habt ihr könnt mir immer fragen stellen hier in den community tab martin ich habe es übrigens gesehen du blendest da nicht immer eine box ein muss da eine box einblende die leute die fragen darstellen können so ansonsten drückt die glocke hier martin macht jetzt hier unten auch die glocke ready und dann folgt diesem kanal oder folgt meinem insta twitter und sonst war es studi vz account und wir sehen uns nächste woche wieder wenn ich mir wieder den mundfussel ich quatsche mit euch so der beste mc aller zeiten wow weiter besten mc aller zeiten ist so schwer das ist so fucking schwer so 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 Vielen Dank.